hi leute der sanu hier der vision 2 bringt uns in der season 3 wir sind gerade um pts ein feature das ja sehr sehr speziell ist an sich beziehungsweise was was man heute von anfang an auch ruhig rein bringen können was eigentlich ganz cool ist aber doch sehr speziell und ich bin wirklich auf eure meinung gespannt diesbezüglich und zwar geht es um die bastelstation ist jetzt hier und bin auf dem pc unterwegs jetzt kann ich mal wieder moment pc ist ein katastrophe die ganze zeit nur so wir sind hier und ihr seht wenn ihr euer inventar auf macht habt ihr jetzt unten den reiter bastelstation dort klingen wir drauf und dann öffnet sich wie gesagt diese bastelstation und wir haben unsere bibliothek wo wir unsere die attribute die wir auf den auf den waffen und auf der ausrüstung finden können wir dort einspeisen ganz wie an der an der rekalibrierungsstation im weißen haus nur halt to go in die bibliothek die sie doch ein bisschen anders aus jetzt das ist nicht mein schaden das ist der hat noch nichts drauf aber ihr seht wie schön ordentlich das aussieht haben sie echt gut gemacht für leute die neue anfang und so was ist das sehr sehr übersichtlich sehr schön dann gehen wir zurück dann geht es ums basteln und hier kommen objekt aussuchen an dem wir rum basteln wollen können wir hier aber haben wir hier die whisper und haben halt hier dann zwei optionen rekalibrierung oder optimierung in dem fall ist es dass das teil ist bestimmt pts bedingt ist der voll komplett wir können nichts machen und ich habe keine ich habe keine ich habe keine attribute auf der bank gespeichert damit ich das machen könnte aber es funktioniert halt wie an der dekalibrierung station dass sie einfach austauschen können wenn zum beispiel on the go ja mit wechseltempo unzufrieden seid wechselt ihr das einfach gegen was anderes aus on the fly dann an sich ist schon eine recht coole sache eigentlich das ganze halt klar mit den mit den anderen ausrüstungsgegenständen auch gespannt wie wie fern und wie oft das genutzt wird und zu guter letzt haben wir es know how und können halt hier unterwegs das finde ich ganz cool weil wie oft hängst du da und bist du bist das know how am hoch prügeln und hast den rucksack voll und muss den ganzen scheiß spenden und muss dafür ins weiße haus und hast dadurch ein bisschen downtime dass das on the fly auch geht ist natürlich mega natürlich geil dadurch dass sie wollen die know how das know how und das expertise system ein bisschen mehr pushen diesbezüglich ist das echt eine gute sache merke wird eigentlich großartig zu der bastelstation nicht zu sagen aber nice to have ist nicht der absolute game changer aber auf jeden fall eine sache die ich suche die knüpfe auf jeden fall ganz nice so also ich habe mir die kommentare was ihr von der bastelstation haltet habt ihr das die schon öfter mal darüber nachgedacht wurde die jetzt schon immer haben oder sagte mumpitz braucht kein sau glaubt mir wenn ich das video gefällt lasst mir abo like da leute schaut gerne auf twitch und bei uns auf dem disco vorbei und ich sage bis zum nächsten video macht's gut bis zum nächsten video